Willkommen zurück. Beim letzten Mal waren wir stehen geblieben in einem packenden Kampf mit den Zombies. Wir haben uns mit unserem Holzschwert hier gut durchsetzen können. Naja, da müsste ich vielleicht nochmal bei meinem Kollegen Logo vorbeigucken, da lernt man wenigstens, wie das geht. Aber, ja, wir haben uns gut durchsetzen können. Allerdings ist dann unser Schwert zerbrochen. Und dieses dumme Holzschwert hat uns in eine schier ausweglose Situation gebracht. Wie wird es weitergehen? Ich beschütze das Schwert, wir bleiben zusammen. In Horrorfilmen darf man sich nie trennen. Jawohl. Nein! Jetzt hat er schon ein blaues Auge. Irgendwie ist das jetzt gar nicht so lustig. Ich dachte, The Walking Dead, äh, das soll ich, ich muss auch mal zu Ende spielen. Ich habe ja irgendwie, äh. Ist ja nicht das erste Telltale Game. Wir haben ja schon sehr, sehr viele Telltale Games hier in so einem Kanal gespielt. Da kamen auch schon wieder so einige sehr merkwürdige Leute, die entweder ihre Ironie nicht gekennzeichnet haben. Oder tatsächlich meinten, dass ich das spielen würde, weil das irgend so ein Paluten oder so ähnlich, äh, spielt. Aber wenn man meinen Kanal guckt, ist eigentlich klar, dass ich das Spiel spielen muss. So, wir kommen hier in eine Höhle rein. Da sollten wir aber aufpassen, sagt sie, ne? Wir sollen eigentlich von Angstkäschen gehalten werden. Aber hey, ich bin ja nicht das erste Mal in einer Höhle. Oh. Wir schleiden uns noch ein bisschen ein bei der Lady. Ja, sie sagt, sie kann auf sich aufpassen. Ich bin natürlich besorgt, dass hier was passiert. Und hier werden also mit Diamantengeschäfte gemacht. Ich sage jetzt, wir sollten lieber vorsichtig sein. Weil sie sagt jetzt auch, das ist ein bisschen ein komischer Typ, aber... Und ich weiß natürlich, warum sie jetzt nicht auf die Idee gekommen ist, das mal so ein bisschen zu hinterfragen, aber... Immerhin hat sie einen Diamant dafür bekommen. Ja, ganz schön krass, die Frau. Die war im Nether an einem Tag und, äh, hat den Schädel geholt. Und legt mich jetzt ein, mit ihr zu gehen. Also, ich geh mit ihr mit, sogar kostenlos. Ich hätte vielleicht noch was raushauen können, aber ich denke, was kriegen wir eh. Jetzt muss ich aber nicht hier Minecraft craften, oder? Das Schwein, das lacht nicht aus. Das ist eine Frechheit. So, dann wollen wir mal craften. Und fertig ist unser Steinschwert. Das klingt falsch. Genauso wie, dass ich keine Scheide auf dem Rücken habe. Also, für das Schwer hat... Ach, Leute, werdet doch mal wachsen. Tja. Wir haben dieses Jahr so wieder verloren. Arroganz soll ja auch bestraft werden. Ist immer gut, wenn man auf dem Boden bleibt. Ne? Die Frau ist tough. Was für eine coole Brücke. Ich beginne, ein wiederkehrendes Muster zu entdecken. Tja, wir wollen zurück zum Rummel. Wir springen. Ich bin ja nicht so der Kämpfen-Typ. Ja. Telltale Games präsentiert Minecraft Story Mode. Und damit sind wir jetzt in der ersten Episode nach dem Intro. Hier in Episode 2. Ich freue mich, dass ihr wieder einschaltet zu einem Adventure in unserem Kanal. Unser Kanal hat ja eine lange Tradition, Adventure-Spiele zu spielen. Ich erinnere an die... Ey! Hallo! Da... Hallo, da ist... Äh... Genau. Unser Kanal hat ja eine lange Tradition, Adventure-Spiele zu spielen. Es fing ja an mit den Sherlock-Titeln, mit Minecraft-Adventuren. Und das gibt es ja schon ziemlich, ziemlich lange bei uns. Und, äh... Ja, jetzt kommen hier zwei Genres zusammen. Das habe ich, glaube ich, am letzten Mal auch schon gesagt, die sehr gut zum Kanal passen. Natürlich, schauen wir uns die an. Und ich werde auch wieder länger auf Adventures oder ausführlich auf Adventures setzen. In längeren Schatz dafür alle anderen, die es in Zukunft und kürzeren. Das arme Schwein. Das hat ein blaues Auge. Hätte ich das vielleicht verhindern können? Ich weiß es gar nicht. So, wir sind wieder bei... Auf der Endercon. Aber ich bin doch eigentlich der Bessere... Das ist meine Stärke. Ich bin YouTuber. Das klang ja jetzt nicht so überzeugt. Tja, die anderen haben wieder gewonnen. Wir haben uns so eine Mühe gegeben. Ich mache denen jetzt Mut und sage, wir schaffen es halt nächstes Jahr. Auch wenn die beiden anderen nicht so davon überzeugt zu sein scheinen. Hey, wenn du erst nicht geliebt, dann... Ja, genau. Vielleicht klappt es ein anderes Mal oder später. So, wir müssen jetzt unsere schränke heim Sachen machen hier. Das ist das. Das ist das. Ja. Axel und ich, wir gehen in Endercon. So, wir treffen uns jetzt in einer geheimnisvollen Gasse. Ob das wohl die richtige Gasse ist? Genau, wie im Horrorfilm haben wir schon gelernt. Und... Man soll sie nicht trennen. Weil wegen Secret, ne? Secret Deal, Secret halten. Genau. Oh, eine geheimnisvolle Truhe und... Und Jesus, er liebt! Genau, wir diskutieren jetzt erstmal. Das ist immer eine gute Idee. Ich glaube, wir sind lieber mal ehrlich. Nenem Typen traue ich nicht. Also. So, haben wir den schon mal rumgekriegt. Dann hoffen wir mal, dass Petra kommt. Ich versuche es jetzt mal mit Smalltalk, he? Also. Ich glaube, ich bin aus dem kurzen Haus. Ich versuche das mal weiterzutreiben. Okay, das scheint ihm nichts ausgemacht zu haben. Also. Der traut uns nicht, wir trauen ihm nicht. Oder ich traue ihm nicht. Petra traut ihm. Ich nehme den Diamant jetzt. Take it. Du hast es gewonnen. Das ist doch eine Falle, komm. Äh, das ist nicht ein Diamant. Nein, es ist Lapis. Von all den dreckigen, unterhandenen Tricks, die Paul. Ich kann nicht glauben, dass der Mann einen auf mich hat. Los, hinterher. Mann, das ist lange Gelaber hier. Jetzt gibt es erst Menschen. Also, für die Leute, die nicht so gut Englisch können, der Typ hat uns gerade aufs Ohr gehauen. Das konnte man, glaube ich, sehen. Und jetzt kommt die Rache des, äh, Druben. Tja, ich sehe lauter Minecraft-Männchen, aber... Ja, dann gehen wir uns mal hier auf dem Markt ein bisschen umschauen. Ich muss noch mal... Was ich sagen wollte, ist, die Steuerung ist immer noch ein bisschen komisch. Der Lukas ist da. Allerdings falsch geschrieben. Hallo Lukas. Nothin. Komm, das will ich schon... Also, für mein Schwein setze ich mich schon ein hier. Ja, ich glaube, Ruben ist ein Raufwasschen. Der wird also für uns die Augen offen halten. Nach dem Typen mit den langen Haaren. Weil mit Petra treibt man keinen Spaß. Diese Dialoge sind cool. Super cool. Der Luki. Cool ist er. Der Axel. Der hilft uns aber gerade nicht. Da ist er doch. Schön. Anschleichen. So kann ich dir jetzt nicht laufen. Ah, jetzt geht's wieder. Nicht jetzt, Aiden. Geh mal weg. Ich muss hier... Och, Leute. Erinnert mich ein bisschen an... Das Adventure Heavy Rain. Auch ein Adventure, was wir im Kanal gespielt haben. Einen ist meiner All-Time-Favorites übrigens in Sachen Adventure. Ups. Wie, wo warst du? Nein! Nicht! Nein! Ist das denn wohl wahr? Das ist mein Pigg, du hast mich geholfen. Ich weiß nicht, was du sagst. Ich habe diesen Pigg gefunden, der sich allein in der Straße gefunden hat. Das ist das fatteste Pigg, ich habe noch gesehen. Er sollte wirklich schön kacken. Das ist ne Frechheit. Wieso soll ich dem denn jetzt noch Geld für mein eigenes Schwein geben? So. Ey! Ey! Da ist er doch. Kann ich jetzt mal wieder rennen hier? Das ist eine... Also ich weiß nicht, die Steuerung, da hätten sie sich vielleicht noch ein bisschen... Oh. Na, der hat aber breite Schultern. Ah, spaßvoll. Komm, es geht weg. Da oben ist ein Chicken-Dings, äh, cool. Wir lenken ihn einfach mal mit diesem Chicken-Ding da oben ab, würde ich sagen. Also... Ich komme mir jetzt von diesem Spiel so ein bisschen... ...für doof verkauft vor. Wir könnten eine Leiter bauen. Wir könnten eine Leiter bauen. Oder können wir mit dem Schleim da hoch springen, vielleicht? Aber da kommen wir nicht hoch genug. Ja, doch, okay. Ich glaube, jetzt haben wir ein Problem. Einen Slime-Block, bitte. Wir geben hier nicht Slime-Blocks hier, nur Slime-Ball. Wir haben heute eine limitierte Supply und wir geben nur zwei pro Kunden. Du könntest deinen eigenen Slime-Block, wenn du neun Slime-Ball hatten. Ich entschuldige mich erstmal. Danke. Gut, wenn wir den Schleim dann haben... ...können wir, glaube ich, hier... Ach, das ist ja auch sogar ne Hähnchen-Brennerei. Wie cool ist das denn? Hä, wir haben ja auf unserem Server... ...ja, auch so coole Sachen drauf... ...am dran sein. Ja, das wird also nicht funktionieren. Genau, wir fragen das Schwein um Rat. Das hat jetzt... Der Lukas hat... ...Schleim in der Hand. Das klingt falsch, aber... ...lucas? Kannst du mir ein favorit? Anything ist möglich. Ich brauche Slime-Balls. Ich versuche, ich habe eine wirklich gute Explosion. Whatever ihr guys are doing, count me in. Danke, Lukas. Ich wusste, er war gut. Oh man... ...this guy ist eigentlich cool, ist he? Remains to be seen. Es ist crafting time. So. Da waren wir auch schon. So. Soll ich jetzt springen, oder was? Oh weia. Oh weia. Weiii! Ich musste erst mal... Ich habe es jetzt gar nicht gereilt, wie dieses... Ich habe es nicht gereilt, wie das funktioniert. Also... ...was wir machen müssen beim Quick Channel. Aber wir sind den Typen los. Und jetzt können wir... ...in den Tempel eindringen. Super. Und auch das Teil richtig cool gebaut. Oh Gott. So. Woher gehst du? Da! Durch die Tür. Das soll er nur noch finden. Was tun wir, wenn wir ihn holen? Es gibt Millionen Möglichkeiten, um das zu spielen. Aber, dass das nicht mein Kampf ist... Ich folge deinen Weg. Entimidieren ihn mit der Macht unserer Gäste, hm? Ja. Ich habe es. Bereit? Bereit. Das... Jaaa! Wie ist der Schweig hier hochgekommen? Hat der so lange Beine? Kann man einen richtig coolen Schinken draus machen. So, ich habe offenbar einen Labyrinth. Ich finde es bis jetzt, muss ich sagen, richtig cool, wie hier... ...Minecraft mit Adventure verbunden wurde. Axel? Das ist nicht, was wir hier tun können. Das kann man eigentlich nur falsch machen, ne? Bei so einer Marke, aber... ...Tel-Tel kann das. Das ist nicht cool. Was ist das? Der beste Weg, um ihn zurück zu kommen? Wir fokussieren uns auf den Schinken zu finden, nicht zu stehlen. Niemand lässt mich nie Spaß haben. Wir lassen dich mit uns zusammenhängen. Je schneller wir finden, was wir suchen, desto schneller wir hier rauskommen können. So, da wollen wir uns mal umschauen. Diese Bücherregale sehen, also... Wie überraschend! Die sehen irgendwie alle gleich aus. Kann man da vielleicht an den Flaschen was erkennen? Petra hat eine Kiste gefunden. Oh, hallo. Too heavy. And too soft. But super flashy. Yeah, I don't think this guy does much fighting. Hey, you still have that one stone sword, right? Yeah, I had to wave it at this jerkwad butcher earlier. You know, to save Rubens life. Impressive. You're keeping it? But I thought it was too soft, too heavy. Eh, it's still might come in handy. And it is super flashy. Tja, soviel zum Thema. Wenn wir schon was plündern, behalten wir es für uns. Also... Dann können wir vielleicht ein bisschen Loot abgreifen in die Kisten. Wobei ich gerade mir nicht vorstellen kann, für was der gut sein soll. Wir reden mal mit Axel. Hast du was gefunden? Ich will das, das, das... Ich will das einfach... Na ja, er würde gerne alles klauen hier, inklusive den Pilzen. Und wir haben hier einen raffinierten Drang. Oh, take a look at this. You're not gonna believe me, but I swear I had a dream about this. Okay, Potion. I know this is a big step, but... It's yours, if you want it that bad. I've never wanted anything badder. Ich lasse das lieber ihm. There's no way he won't notice his fancy Potion is missing. Weiß Gott, was da passiert, wenn wir den vorwenden. Einen geheimen Hebel, ja, da müssen wir natürlich... Hä, was ist denn hier bei Olivia? Nicht, dass die... Nicht, dass die von dem Bücherregal erschlagen wird, wenn ich den Hebel ziehe. Ja, liebe Leute, was passiert, wenn ich diesen Hebel benutze? Ihr fahrt in der nächsten Folge von Minecraft Story Mode. Danke fürs Zuschauen. Meine nächste Folge kommt, seht ihr im Sendeplan unter tv.gardarhol.de. Nicht vergessen, Daumen da lassen, würde ich mich sehr freuen. Und über einen Kommentar natürlich auch. Denn die lese ich alle. Bis dann. Tschüss.